Kennt ihr noch das spiel gold simulator und die erläuter bekommt zum weiteren video von mir ich zeige das spiel Gold simulator ist ein komisches spiel aber ich glaube zwar auch mal sehr beliebt auf youtube also es haben ein paar youtuber Aufgenommen also ich fand es jetzt Kind sehr lustig ich habe das spiel selber nie gezockt ich habe gefühlt alles vergessen und ja schon kurz mit der gold will her kurz mit der gold city bay m o simulator star wars per day und go see jo wie viele updates und bitte gekommen und da gibt es auch noch weiter ich kenne die alle nicht Jo was habe ich denn alles verpasst oh gott das spiel Das sind doch wir das sind doch wir weg 1 von 3 ist ja auch scheiße das will ich auf jeden Fall nicht allein sammeln was geht Alter Oh Vollast überfahren lol es bringt punkte lustig Oh handstand wie lol ich check absolut nichts ich mache immer noch ein handstand Hä was ist das für ein spiel Oh trampoline Das bringt auch ein bisschen punkte Kann man ehrlich hoch springen Versuche ich mal Was machst du ich wollte kein handstand machen Oh gott Oh gott Was ist das für ein spiel Ja haha ne wasserrutsche Let's go oh Ich mach nichts Das war aufregend Yo habe ich gerade ein warrun gemacht Mach einfach warrun machen Ich würde ich würde es versuchen Mach einfach f***ing robber machen What the f*** Oh die tanze Sorry Die tanze weiter Alles kaputt machen Oh das ist eine Rakete Kann ich irgendwie schlagen Was Greifen auf den Stern Oh Jetzt fahr ich runter Ähm 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 Ja meh Oh da macht Einer auf Tokio Drift Und spring Haha Go let's go Noch einmal Oh Ich bin Champ Leck ein Auto Wie leck ich Was Fierg oder Was ist das Sorry Was ist das Raus mit dir Oh Das ist ein Tankstelle Oh Fast So Leute Jetzt GTA Äh 5 Profi Beim Überfall Kapitel Fenster Heiß Und klau mir In Flasche Ich klau mir in Flasche Jetzt Hesbäckchen Gangster Au Oh Oh Mein Gott Er brennt Oh mein Gott Was ist laut Oh so was war ich nicht vorbereitet Das war's Oh Stimmt Habe ich bei einem YouTuber gesehen Man muss fünf Leute hier bringen Da wird man so ein Dämonen Ich weiß es nicht Oder Kommt jetzt mal raus So Nummer 5 Ich bin Teufelsziege Ich bin Teufels Was 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 und es ist das spiel ist verrückt kann ich irgendwas machen also nur so ein zweifelsziege nicht irgendwie schade so leute ich spiel jetzt mit einer raketenrucksack wird bestimmt lustig wie fliege ich wie fliege ich drei ich krieg dich ich krieg dich ich kann gegenstände anziehen wenn ich drücke der kommt doch was und warum fliege ich ja cool ich fliege die ganze und das soll spaß machen es ist also das spiel das spiel nachschauen gefahren man kann immer noch zu 40 bis nicht online leider aber ja richtig anziehen schade ja mehr kann ich nichts also mehr kann ich nicht machen leute ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn ihr lasst gerne leichter abonnieren den channel und weg ist nicht die glocke zu aktivieren wäre sehr nett von euch und ja sie sehen uns bis nächstes mal